Im August gibt es Tupperware auch mal wieder in Glasfunktion. Tupperware bietet als sogenannte Premier-Glas-Variante verschiedene Formen mit an, die Sie auch in Glasvariante jetzt in Ihrem Backofen oder sogar in die Mikrowelle natürlich auch zum Frischhalten im Kühlschrank mit einsetzen können. Unsere Auflaufform hat ein Fassungsvermögen von 1,9 Liter und bringt durch Ihre Beraterin natürlich selbstverständlich ein paar Rezepte mit, damit das Ganze einsetzbar ist. Geben Sie Ihre Premier-Glas-Auflaufform in den vorgeheizten Backofen. Ich stelle sie am besten auf den Rost mit drauf, Ober-, Unterhitze- oder Umluftversion. Einfach so, wie Ihr Backofen am besten arbeitet und dann kann es bestens mit eingesetzt werden. Für Aufläufe jeglicher Art, ich sage jetzt mal so für zwei bis maximal drei Personen bestens dafür geeignet. Nachdem das Ganze aus dem Backofen rauskommt, nehmen Sie bitte Ofenhandschuhe, damit Sie sich hier an den Seitenteilen auch nicht Ihre Finger zum Beispiel mit verbrennen. Danach würde ich persönlich mit unseren Griffbereitserien, mit dem Pfannenwender, mit unserem Servierlöffel oder sogar mit unserem Kochlöffel hier reingehen, damit das Ganze auch hier schön zum Servieren im Einsatz ist. Danach, wenn alles aufgebraucht ist, entscheiden Sie sich bitte selber, kommt es in die Spülmaschine mit rein oder spülen Sie es per Hand. Natürlich lässt sich hier in Kombination eins unserer Mikrofasertücher, zum Beispiel unser Ultrastarktuch, bestens dafür mit einsetzen. Natürlich auch für alle diejenigen, die sagen, es sieht ja auch aus, bestens zum Beispiel, um hier Tiramisu reinzuschichten. Ja, perfekt. Machen Sie Ihr Tiramisu-Rezept hier mit rein oder fragen Sie auch hier nach dem Rezept, zum Beispiel für ein leckeres, ja, mal fruchtiges Nachtischrezept überbacken mit Zitrone. Ich wünsche Ihnen mit Ihrem sogenannten Bringerglas-Auflaufform für 22,90 Euro mal ein neues Produkt von Tupperware auszutesten. Viel Erfolg damit!